Stell dir vor, du lebst in einer Fantasy-Welt. Die Zwergen, Elfen, Orks, keine Ahnung, Herr der Ringe-mäßig, wie man das kennt, mit Magie und so weiter. Nur, dass irgendwie keiner so richtig einen Plan hat. Genau, ich habe kein soziales Verständnis, bin ein Egoist und Misanthrob. Sozial ist bei mir halt auch schlecht. Ich traue eigentlich niemandem. Scheiße. Da bist du wohl beim Meeple-Porn-Pen-and-Paper-Podcast gelandet. Äh, Gifte, Blasrohr, Digga, alles am Start. Und du steckst dich sofort in den Mund. Ich bin robust, ich bin robust, Alter. Das wird schon schwierig, merke ich, bei euren drei Charakteren. Na, ob das gut gehen wird? Hör auf zu lachen, Mann. Herzlich willkommen, Leute, zur fünften Folge von Meeple-Porn-Pen-and-Paper. Der Recap von letzter Woche. Die Gruppe befand sich vor einer brennenden Scheune. Wir haben uns danach auf den Weg gemacht nach Girat, wo uns ein, wie wollen wir den Typen nennen, so ein Typ ins Haus gelassen hat und bei ihm schlafen lassen hat. Ach so, der. Daraufhin sind wir ein bisschen auf Special-Suche gegangen und wollten wissen, was da vor sich geht. Denn wir haben gehört, es gab Schattenwesen oder irgendwas dergleichen. Auf dem Weg, beziehungsweise auf der Suche, sind wir an einem komischen Lagerhaus gelandet, wo wir Goblins gesehen haben. Diese Goblins haben sich auf die Flucht gemacht und wir sind ihnen hinterher gerannt. Mein guter Freund Fenris, aka Fenrir, aka Renfis, ist dabei gegen den Baum gerannt. Leider. Daraufhin ist dieser Goblin einfach die Klippe runtergestürzt. Es wurde dunkel, ein Schattenwesen ist aufgetaucht. Dieses Schattenwesen hat sich über uns hergemacht und wir liegen alle bewusstlos in diesem Steinkreis. Du hast den Kristall vergessen. Der Kristall. Lob ihn doch erstmal, das war gut bis dahin. Das war sehr gut. Ich gebe nun weiter an den Spielleiter Tim. Nun, ihr habt gegen das Schattenwesen gekämpft und, nun ja, das war mit euren Waffen nicht zu verwunden. Alles, was ihr noch wisst, ist diese eine Stimme, diese Stimme, die ihr die ganze Zeit gehört habt. Sie war nicht da, sie war in eurem Kopf. Vor allem Daniel, bevor bei dir die Lichter ausgegangen sind, hast du nur noch gehört, Niemand stiehlt den Besitz meines Meisters. Und dann war es schwarz. Alle Helden lagen am Boden und waren bewusstlos. Da haben wir letztes Mal aufgehört. Nun ja. Und jetzt... Irgendwann... Ist das nur bei mir so, oder ich höre... Ich glaube, Tim ist gut, dass er es abgeschmiert hat. Ich habe mich auch schon gefragt, was los ist. Ich dachte, es liegt wieder an meiner Opferleitung hier. Er liest auch irgendwas vor, die ganze Zeit. Und checkt gar nicht, der hört, der uns noch. Ich glaube, das zieht gerade noch nach. Hört ihr mich jetzt wieder? So halb. Nee, du bist immer noch richtig scheiße. Tim, was feierst du da? Er macht die Daumen. Ich glaube, wir müssen gerne mal neu starten. Nee, Tim. Nee. Schade. Aber wir hören dich nicht so wirklich gut. Aber die Anmode war gut, die nehmen wir fest. Ja, alles gut, die schneiden wir rein. Kann die Anmode dazu nochmal machen. Ja, aber mit dem Kristall. Der Kristall. Der Kristall. Der Kristall. Und jetzt gebe ich ab an den Spielleiter. Und jetzt gehen wir ab nach Rom. Wo gerade Tim als Spielleiter dasteht. Tim, was siehst du gerade? Tim, wir sind besser bei dir. Die Leitung nach Rom ist keine Ahnung. Ich höre euch die ganze Zeit super. Die Frage ist auch wieder normal. Jetzt ist auch wieder normal. Die Tonspur wäre ja perfekt weitergelaufen. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Nur wir hören dich nicht. Wir wissen nicht, was du gerade laberst. Mach auf deiner Freundin einfach mal auf, in Pokémon Go zu spielen. Das macht sie ja nicht. Okay. Ich habe ja eben schon in meinen mobilen Hotspot gewechselt. Weil ich gedacht habe, dann kann mir da niemand irgendwie die Leitung kaputt machen. Aber der hat anscheinend jetzt auch gelegt. Okay, pass auf. Dann machen wir es einfach so. Versuchen wir es nochmal jetzt. Ja, wir schneiden das in, was der Setup gelabert hat. Und dann fängst du jetzt nochmal. Er übergibt an dich und du fängst nochmal neu an. Okay. Dann muss ich jetzt die Musik wieder neu anmachen. Weil die ist jetzt wahrscheinlich bei euch auch aus, oder? Ist die noch an? Nee, ist aus. Wahrscheinlich nix. Okay. Profis wie immer, Leute. Ihr kennt uns. Ich mache nochmal die Annotation, alles gut. Nee, warum nochmal? Nee, brauchst du nicht. Das schneiden wir schon noch zurecht. Boah, das wird das erste Mal, dass wir das schneiden, Alter. Ich fühle mich gerade total. Das ist eine Schneidemaschine. Der muss das jetzt mal lernen nach 100 Folgen. Obwohl, der hat in der ersten Folge gelernt, wo es hellstück Slowmotion war. Ich wollte gerade sagen, da haben wir schon genug gelernt für 100 Folgen. Okay. Wollt ihr? Ja. Sollen wir es nochmal probieren? Ja, wir probieren es nochmal. Okay. Also. Ihr befandet euch im Kampf gegen die Schattenwesen. Oder gegen das Schattenwesen, eher gesagt. Ihr habt gemerkt, dass ihr es mit euren Waffen nicht verletzen könnt. Es ist viel schneller als ihr. Es bewegt sich blitzschnell durch die Nacht. Und das Letzte, was ihr nur noch mitbekommen habt, bevor ihr bewusstlos geworden seid, ist diese eine Stimme. Diese Stimme war in eurem Kopf. Die habt ihr nicht direkt gehört. Und das war das Letzte, was ihr gehört habt. Niemand stiehlt den Besitz meines Meisters. Danach holt ihr bewusstlos. Alle. Bis irgendwann Haramir aufgewacht ist. Du befindest dich an einem Ort, den du schon mal kennst. Den hast du schon mal gesehen. Du warst hier schon mal. Das ist das Haus von Lasso. Und neben dir liegen die anderen drei. Ob sie noch leben? Hey. Was ist hier los? Äh. Äh. Leute. Könnt ihr aufwachen? Hallo. Fenris. Mach auf. Ja. Mach auf. Mach auf. Was ist los? Was ist los? Ich sag. Irgendwas ist passiert. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Irgendwas war in meinem Kopf. Und ich hab irgendwie nichts mehr gesehen. Und was ist passiert? Sind wir tot? Oder noch am Leben? Ich bin mir grad nicht sicher. Warte. Ich schlag Fenris ins Gesicht. Dann weiß ich es. Was ist los hier? Was machen wir in Lasso's Haus? Wie sind wir hergekommen? Vielleicht hat Lasso uns hier hingebracht. Wo ist er überhaupt? So. Ähm. Während ihr gerade zu euch kommt. Fällt euch auf. Dass Chris nackt ist. Fenris hat keine Klamotten mehr an. Uh. So einen Riesenriemen hab ich ja noch nie bei einem Menschen gesehen. Danke dir. Echsenmensch. Das hab ich auch gehört. Dann müsstest du mal den eines Zwergen sehen. Das geht in Proportionen viel größer aus. Ich glaub bei dem ist alles so kurz. Ich schau mich mal rum. Und was gibt's zu sehen? Ist irgendein Anzeichen zu sehen? Von Lasso? Ähm. Lasso scheint nicht zu sehen zu sein. Ähm. Du würdest schätzen vom Licht was reinfällt. Ist es mittags irgendwann? Ähm. Ja. Das Haus ist, äh. Wie ihr es verlassen habt effektiv. Also nichts besonderes zu sehen. Allerdings fällt dir auf. Ihr habt keine Waffen. Keine Ausrüstung. Ihr liegt einfach da in euren. Euren Klamotten. Und. Äh. Eure Wunden sind alle verbunden und verarztet. Zum Glück hab ich meinen Haus dabei. Wo ist der Kristall? Wo ist der Kristall? Ich hatte diesen Kristall bei mir. Wo ist er? Wo ist der? Als du guckst. Ähm. Der befindet sich in deiner Tasche. Das ist das einzige was du bei dir trägst. Das ist dieser Kristall. Wofür ist der Kristall so wichtig Hexenmeister? Ich weiß es noch nicht. Aber. Er hat eine ganz besondere Bedeutung. So viel kann ich schon mal sagen. Kann einer von euch sich erklären was in dem Steinkreis passiert ist? Was ist das für ein Wesen gewesen? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall war es brutal aggressiv. Zieh dich doch erstmal an bevor du mit uns redest. Ne. Ich fühl mich grad sehr wohl. Da die Echse meinen riesen Penis gelobt hat. Möchte ich gerne so stehen bleiben. Warum ist er eigentlich nackt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wo Lasso ist. Ich nehm einfach. Ich nehm ein Bettlacken und werf es rüber. Hüll dich gefälligst ein. Okay. Danke. Zauberer. Kannst du uns hier irgendwas sagen? Äh. Versuche grad mich zu erinnern. Das einzige was ich noch weiß ist diese Bestie. Und dass ich gedacht hab, dass wir alle sterben müssen. Weil wir im Grunde keinerlei Chancen gegen dieses Wesen hatten. Und ich hab noch keine Erklärung dafür. Was jetzt eigentlich genau an diesem Steinkreis passiert ist. Und was dieser Kristall damit zu tun hat. Ich kann mich nur an diese Stimme erinnern. Die gesagt hat. Dieb. Und ich weiß es nicht. Ich muss erstmal meine Gedanken sortieren. Lasso. Lasso. Keine Ahnung. Nach einer kurzen Zeit kommt Lasso. Äh. In die Wohnung gestürmt. Und guckt euch erstmal erschrocken an. Und ich. Oh. Das ist ja gut. Ich dachte ihr werdet tot. Wir waren uns nicht sicher ob ihr es schafft. Warum zu mir bin ich nackt. Wie lange haben wir hier gelegen lassen? Ähm. Ihr seid jetzt seit 5 Tagen bewusstlos. Wer hat uns gefunden? Ähm. Das war Beo. Beo. Beo hat euch gefunden und uns Bescheid gegeben. Und wir haben euch dann hier hergebracht. Warum zur Hölle war ich nackt? Das wissen wir auch nicht. Also. Ihr lagt alle dort. Und äh. Fenris lag mitten im Steinkreis. Und nackt. Und wir wissen nicht was da los war. Vielleicht wisst ihr noch irgendwas. Habt ihr noch irgendjemanden gesehen außer uns? Irgendwas an diesem Ort was euch aufgefallen ist? Irgendwelche Spuren oder. Da waren überall waren Spuren, Kampfspuren. Und es sah so aus als wäre dort ein großer Wolf gewesen oder so. Ja. Beo, dieser dumme Hund. Der kam mir schon immer so suspekt vor. Warum war er das gerettet? Ich sag's euch, wir brauchen weitere Informationen. Gibt es hier nicht irgendjemanden, der sich vielleicht auf die Künste dunkler Magie versteht? Bei denen wir Rat einholen könnten. Einen Dorfältesten oder eine Kräuterhexe, die hier immer so rummacht oder sowas. Sowas haben wir leider nicht. Also Magie, mit dem Teufelszeug kennt sich keiner aus. Zauberer, was hast du für eine Idee? Ja, mein Wissen reicht dafür ehrlich gesagt noch nicht aus. Ich kann halt nur die Macht spüren, die von diesem Ort ausging und die auch von diesem Kristall ausging. Aber was jetzt genau die Ursache ist und was uns dort angegriffen hat, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir scheinbar keine Mittel, um gegen dieses Wesen anzukommen. Aber ich bin mir sicher, dass der Kristall uns weiterhelfen kann. Wir müssen jemanden finden, der uns mehr dazu sagen kann. Der uns erklären kann, was es damit auf sich hat. Aktuell der beste Anhaltspunkt. Dass wir jemanden finden, der uns fragen kann, was mit dem Kristall los ist. Dass der Zwerg sprechen. Kannst du mir kurz diesen Kristall in die Hand geben? Verzeiht mir, Haramir, aber momentan lasse ich ihn lieber bei mir. Ich glaube, ich kann zumindest seine Macht einigermaßen in Schach halten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn euch übergebe. Deswegen verzeiht mir, aber aktuell möchte ich das lieber nicht machen. Ich habe etwas im Feuerberg über Kristalle gelernt. Ich würde etwas anwenden an diesem Stück. Was möchtet ihr denn bitte schön anwenden? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, welche Zwergenkünste uns jetzt da gerade weiterhelfen würden. Das werdet ihr rausfinden, Barbara. Magier, der Zwerg wird vollkommen diesen Stein klauen und abhauen. Gib ihm doch. Wir haben nichts zu verlieren in unserer aktuellen Situation. Wir wissen weder vor noch zurück. Da habt ihr recht. Trotzdem möchte ich zuerst wissen, was Thomas vorhat. Das besprechen wir später. Dann schauen wir mal. Ihr könnt gerne jederzeit zu mir kommen und euren Vorschlag unterbreiten. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Ich werde das im Laufe des Tages bestimmt mal annehmen. Okay. Wo könnten wir jetzt weitere Informationen über solche Magie her? Wo ist die nächste gelegene Stadt lasso? Wo es eine Bibliothek gibt, wo man mal sich informieren könnte. Eine Zaubererbibliothek. Ja, also ihr könntet natürlich weiter gehen, Süden ins Elfenreich, nach Silberhain. Da weiß man vielleicht mehr mit Magie anzufangen. Ich habe gehört, die Elfen sind ja schon sehr magisch, so als Volk. Wie viele Tagesmärsche wären das denn? Da seid ihr von hier bestimmt so vier, fünf Tage unterwegs. Aber das ist ja auch eh die Richtung, in die wir unterwegs sind. Und alle Hinweise, die wir bisher erhalten haben, weisen uns den Weg Richtung Süden. Und er hat auf jeden Fall Recht damit. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Elfen uns weiterhelfen können. Wir brauchen einen Fortkundigen, der uns mehr zu diesem Kristall sagen kann. Ich habe nichts dagegen. Ich habe bisher noch keine schlechte Erfahrung mit Elfen gemacht. Ja. Wie sieht es aus, Lasso? Besteht vielleicht die Möglichkeit von dir, einen Karren abzukaufen und den Esel? Also, wenn ihr wiederkommt, dann könnt ihr den Esel und den Karren natürlich mitnehmen. Aber sollten wir uns nicht erst nochmal mit, wie hieß er jetzt nochmal, unterhalten, der uns gerettet hat? Mit Beo können wir uns auf jeden Fall auch noch unterhalten. Aber wir sollten trotzdem uns schon mal die Karre und den Esel klar machen. Ich habe mich in den Esel, habe ich mich so ein kleines bisschen auch verliebt. Der war beim letzten Mal ja schon immer dabei. Also, wo Beo gerade ist, das weiß ich nicht. Aber ich kann euch ja erstmal eure Ausrüstung wiederholen. Die haben wir alle in das Lagerhaus gebracht. Ja, sehr gerne. Ja, dann geht ihr mit Lasso eben ins Lagerhaus, würde ich sagen. Und bekommt eure Ausrüstung zurück. Es ist alles genau das, was ihr vorher auch dabei hattet. Eure Wunden sind auch dementsprechend verarztet worden, sodass eure Lebenspunkte wieder voll sind. Egal, wie viel ihr vorher verloren hattet. Also, die Dorfbewohner haben dann einen sehr guten Job gemacht. Und, ähm... Isand, dir fällt auf, dass in deiner Ausrüstung ein Gegenstand dabei ist, den du vorher noch nicht hattest. Und zwar eine Schriftrolle. Dann würde ich mir die natürlich direkt sehr gerne mal angucken. Ja. Auf der Schriftrolle steht geschrieben folgender Spruch. Das Herz, den Meister zu erwecken. Zum Schutze mussten wir es verstecken. Begebt euch zum Ort wohl an, wo Schatten weicht des eigenen Bann. Wird dort das Schwarz zum Roten schwingen? Zu finden kann es euch gelingen. Dann bringt es zum rechten Ort. Das weisen Exil endet dort. Ich wollte mir das jetzt gerade aufschreiben. Ich bin durch das Herz des Meisters gekommen. Ich hab's euch auch nochmal in den Chat bei Roll20 gepostet. Ja, sehr geil. Ähm, also ich würde auf jeden Fall, ähm, auch, ähm, Moment, wo ist es? Äh, Lasso, wo ist meine Kleidung? Hier ist die ganze Ausrüstung. Ich seh meine Kleidung grad noch nicht. Ist die auch irgendwo? Ähm, also, eure Kleidung. Wir haben überall geguckt, aber es lagen überall nur noch Stofffetzen, also, herum. Habt ihr denn auch Anständige für mich? Ähm, oh, ja, das können wir bestimmt. Ihr seid ja fast so groß wie ich, da passt ihr bestimmt in was rein. Danke dir, danke dir. Ich komm darauf sehr gerne zurück. Okay, wir müssen das Herz des Meisters. Woher kommt diese Schriftrolle, Lasso? Die war vorher hier nicht doch, oder? Seh ich in euren Augen, Niesand. Woher kommt diese Schriftrolle? Ähm, die war bei, also, ich hab die noch nicht gesehen. Wir haben eure Sachen hier untergebracht. Das ist ja komisch. Wir müssen unbedingt mit Beo, ähm, sprechen. Wart ihr zusammen, als Beo uns, äh, gefunden hat? Oder war er alleine unterwegs? Äh, wie kam es überhaupt dazu, dass er uns dort, ähm, entdeckt hat an diesem Ort? Wisst ihr das? Ähm, das, also, Beo kam irgendwann ins Dorf gelaufen und hat nach Hilfe, äh, gefragt. Oder nach Hilfe gesucht. Und wir sind dann mit ihm mit und haben euch dort gefunden. Also, er schien euch entdeckt zu haben, äh, mit, mit schwachem Puls und überall Wunden. Und dann haben wir euch da weggeholt. Also, ich sage euch, bei allen oder bei sehr vielen merkwürdigen Vorkommnissen in letzter Zeit war in irgendeiner Form immer Beo vor Ort. Er war in der Taverne, er war jetzt auch irgendwie in der Nähe dieses Steinkreises, ähm. Er war schon mal hier, als wir bei Lasso waren. Genau, wir sollten diesen Ort nicht verlassen, ohne uns noch einmal mit Beo unterhalten zu haben. Was schlagt ihr vor? Foltern wir ihn? Erstmal müssen wir ihn finden. Und wenn wir ihn gefunden haben, was machen wir dann mit ihm? Erstmal mit ihm reden? Er war beim letzten Mal schon kooperativ und hat so getan, als wäre nichts. Ich bin ihm ja schon einmal hinterher gefolgt. Lassen Sie ihn erstmal suchen. Versuchen wir mal kurz, die zu verstehen, was die Schriftrolle uns vielleicht sagen möchte. Das Herz, den Meister zu erwecken. Zum Schutze mussten wir es verstecken. Begebet euch zum Ort wohl an, wo Schatten weicht des eigenen Bann. Was soll das bedeuten, diese verteufelte Rätselei? Das Herz, den Meister zu erwecken. Ist das vielleicht, ähm, das Herz? Ein Kristall? Eine, dieses dunkle Wesen wird ja wohl von irgendjemandem besprochen worden sein. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht von diesem besagten Meister dieser teuflische Hund erweckt worden ist. Dem wir begegnet sind, am Steinkreis. Und ich bin mir sicher, der Steinkreis hat auch etwas dort mit zu tun. Also das heißt, wir müssten den Kristall an den richtigen Ort bringen. Aber vielleicht bewirken wir damit auch genau das, was noch schlimmer ist. Das ist die Frage, genau. Wollen wir diesen Meister erwecken? Das ist die Frage. Lasso, gibt es hier irgendwelche Legenden? Oder irgendwelche Mythen oder Geschichten, die man sich erzählt? Über irgendeinen Meister oder so etwas in der Richtung? Über einen Meister? Also nicht, dass ich wüsste. Steht das auf der Schriftrolle? Das steht auf der Schriftrolle. Hast du eine Idee, wen wir dazu etwas befragen können? Gibt es hier jemanden im Dorf, der ja schon sehr, sehr lange hier lebt? Aber in welcher Sprache ist das denn geschrieben? Naja, wir können es ja lesen, also in Gemeinsprache. Okay, also dann würde ich die Elfen schon mal ausschließen und die Zwerge auch. Also muss es ja irgendwer sein von den Menschen dann, oder? Das ist aber auch eine magische Schrift. Vielleicht kann sie jeder lesen, der draufstarrt. Unwahrscheinlich. Riesen-Lurchmann. Danke, der Name gefällt mir. Den Name gefällt mir. Ey, aber lasst mich. Ich werde langsam unruhig, Leute. Sonst steigst du voranspär. Irgendwo muss dieser Beo sein. Du musst doch irgendwelche Anhaltspunkte für uns haben, wo er sich auffällt. Ja, Beo, der kommt und geht, wie er möchte. Also der wird bestimmt in den nächsten Zeit, Tagen, Stunden, wer weiß, hier wieder im Dorf aufschlagen. Der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, ist der Steinkreis. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schon zum Steinkreis zurück und schauen, ob wir da noch irgendetwas finden. Und wenn nicht, dann warten wir nochmal, lassen wir eine Nachricht für Beo hier zurück, dass wir uns, wenn die Sonne versinkt, dass wir uns hier bei Lasso vom Haus gerne treffen wollen. Aber was tun wir, wenn das Wesen wieder auftaucht? Vielleicht hat genau diese Kombination das ausgelöst, dass sich der Kristall an diesem Ort befand, an diesem Steinkreis. Ich würde sagen, wir legen den Kristall nicht zum Steinkreis. Ich würde sagen, der Zauberer wartet hier und wir fahren mit dem Eselskarren dort einmal hin. Nein, das war ja nicht so weit, das war ja nur zwei Stunden. Aber Zauberer, du musst uns versprechen, wenn Beo aufkreuzt, dass du ihn definitiv festhältst, bis wir alle wieder da sind. Vielleicht lassen wir den Zwerg auch lieber hier. Der ist kräftiger. Und obwohl, wenn ich es mir genau überlege, beim letzten Mal hast du ja auf dem Boden gelegen, weil du gegen einen Baum gelaufen bist. Der Zwerg war da ein kleines bisschen zuverlässiger. Ich glaube, mit dem Zwerg habe ich ein besseres Team gebildet. Mir ist beides recht. Wieso wollte ich den Zauberer hier lassen? Wir gehen zusammen, würde ich sagen. Wir brauchen den Kristall am Steinkreis, Leute. Okay, wir gehen alle. Wenn der Zauberer recht hat, dass der Kristall nicht in diesen Steinkreis gebracht werden sollte. Dann bringen wir ihn nicht in den Steinkreis. Das hat ja beim letzten Mal schon sehr gut funktioniert. Wenn Beo auftaucht, dann schicken wir den einfach auch direkt zum Steinkreis hin. Okay, machen wir so. Falls er nicht schon da ist. Das klingt ja nach einem Traum. Das kann ja nur gut gehen. Okay. Dann satteln wir den Esel. Ich gehe dann raus und sattel den Esel einmal und spanne den Karren einmal dahinter und setze mich oben auf den Bock. Lasso, aber wir müssen kurz einmal vor noch zu dir. Ich brauche nochmal Klamotten, bitte. Ja, er hat dir mittlerweile auch Klamotten organisiert. Sehr gut. Hast du dann jetzt auch diesen typischen Bauernlook? Kein Problem. Bringt mein Glied zur Kenntnis. Okay, gesagt, getan, nach einer guten halben Stunde mit dem Karren erreicht ihr dann den Steinkreis ohne weitere Vorkommnisse. Als ihr euch umguckt, ihr seht schon noch hier und da so ein bisschen Kampfspuren, obwohl das ja jetzt schon einige Tage her ist. Also gerade so Klauenabdrücke an einem Baum fallen euch extrem auf. Mhm, okay. Irgendwie kommen diese Klauenabdrücke mir immer wieder bekannt vor. Irgendwie verfolgen die mich. Ich habe irgendwie, ich verstehe es nicht, Leute. So oft habe ich Albträume und so oft sehe ich irgendwelche Kratzer von Klauen. Irgendwas, ich verstehe es nicht. Ich würde gerne mal eine Wahrnehmungsprobe machen, ob ich vielleicht noch irgendwie was hier sehen kann. Mhm. Du kannst eine Spurensucheprobe machen. Okay. Also auf die, auf die 16. Ähm. Eine 9. Und die? Oh, krass. Nicht schlecht. Ähm. Ja, also du findest tatsächlich Spuren von einem recht großen Wolf, der wohl hier mehrfach umhergerannt ist und anscheinend gekämpft hat und auch ein paar Haare von dem Wolf, die auf dem Boden noch sind. Ächste, was hast du gesehen? Hier scheint tatsächlich ein richtiger Wolf gewesen zu sein. Er hat, hier liegen Haare, habe ich hier drüben gefunden. Kann das noch jemand, äh, jemand anders irgendwie bestätigen? Ihr habt doch auch alle einen Wolf gesehen, das war doch eindeutig ein Wolf, oder? Dann haben wir den Beweis. Ja, natürlich, ähm. Von einem Wesen, das, ähm, solche Kräfte hat, das solche Spuren hinterlassen kann. Ähm, irgendwas vielleicht? Ja, also das Problem ist halt, ich hab schon wirklich, äh, mit vielen verschiedenen Monsterarten zu tun gehabt und viele verschiedene verzauberte Wesen. Ähm, aber ich hab, die waren immer physisch. Ich habe noch nie ein rein magisches Wesen bekämpft. Und daher kann ich da nicht viel zu sagen. Aber es hat Fell. Es kann nicht rein, äh, magisch, äh, sein. Also keine, äh, Lichtgestalt oder wie auch immer. Aber keine, keine, kein Wesen aus reiner Energie. Es muss, äh, auch, äh, ein physisches Wesen sein oder es ist verzaubert. Ihr redet von dem Wesen, was uns bekämpft hat? Ich rede von den Spuren von dem Wolf. Ja, ich, ich, wie gesagt, Leute, ich hab, ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass ich eventuell was damit zu tun habe. Aber es ist halt, äh, ein kompliziertes Thema. Packe meine Axt und gehe auf den Menschen zu. Wir sollten ein... Sprich! Was, beruhigt euch, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Was weißt du? Sag es jetzt. Er soll endlich sprechen. Ich glaube, es ist aktuell noch nicht der richtige Punkt, euch das zu erzählen. Und es ist aktuell der richtige Punkt, um es uns zu erzählen. Und darauf würde ich aber auch an dieser Stelle bestehen und stelle mich mal hinter den Zwerg. Ja. Riesendurchmann, komm in die Gänge. Ihr seht doch, ihr seht doch das Medaillon, was ich bei mir habe. Und, ähm, ich hab das Gefühl, dass, äh, es in gewissen Situationen dafür sorgt, dass ich mich selber nicht mehr unter Kontrolle habe. Und, ähm, in sehr, sehr, sehr gefährlichen Situationen verlasse ich quasi meinen Körper. Und, äh, kann selber beobachten, wie ich quasi mich verwandle. Wollt ihr damit sagen, ihr wart der Wolf? Ich bin leider scheinbar so etwas wie ein Wehrwolf. Und ich habe diese Verwandlung nicht unter Kontrolle. Und ich wollte das eigentlich niemandem erzählen. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich mein Leben lang schon immer allein unterwegs bin. Ähm, und halt immer versuche, Menschen zu meiden. Weil ich halt einfach keine Gefahr für andere sein will und sein wollte. Ähm, aber ja, in gewissen Situationen, in denen ich nichts mehr unter Kontrolle habe, kann es immer sein, dass ich mich zum Wolf verwandle. Und dann, wie wir gesehen haben, auch Freunde verletzten, wie man sieht. Und seine Gefährten verletzen. Ähm, das ist, ja, wie gesagt, ich habe mich dann leider nicht mehr unter Kontrolle. Das ist halt das Problem. Aber ich versuche es immer wieder in diesen Situationen quasi, ich sehe mich ja wie von außen. Ich kann es euch selber nicht erklären, das ist halt wie ein Albtraum. Aber ich versuche jedes Mal irgendwie diese Situation ein bisschen besser unter Kontrolle zu bekommen. Und versuche in meinen Körper wieder zurückzukehren und das zu kontrollieren. Aber bisher reicht die Kraft noch nicht. Was erzählt ihr dort für verrückte Geschichten? Sowas kennt man sonst nur aus irgendwelchen Erzählungen. Ja, ich kann es euch selber nicht erklären. Ich kann es euch selber nicht erklären. Ich weiß halt nur, dass sich damals ziemlich, es ist damals ziemlich viel Mist passiert, wo ich mich das erste Mal verwandelt habe. Und das hat mir quasi sehr viel, ja, sehr viel Kummer bereitet. Und sehr viel anderen Menschen auch Kummer bereitet. Und ja, deshalb habe ich mich, wie gesagt, habe ich sehr viel versteckt gelebt und für mich selber gekämpft und gesorgt. Könnt ihr euch denn daran erinnern, ob ihr in der Gestalt des Wolfes dem Wesen Schaden zufügen konntet, das uns angegriffen hat? Könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr als Wolf unterwegs wart? Ich gehe davon aus, dass das die Chance war, die uns gerettet hat. Dass meine Nahtoderfahrung für die Verwandlung gesorgt hat und ich dann quasi mein Medaillon wieder dafür gesorgt habe, dass ich mich halt verwandle und dann gegen das Monster gekämpft habe. Das ist die einzige Chance. Das Monster hat uns fast getötet. Also ich war super schnell bewusstlos. Ich weiß nicht, was danach noch alles geschehen ist. Aber ich denke, wäre diese Gefahrensituation nicht entstanden, dass ich mich verwandle, wären wir wahrscheinlich tot. Und das Monster hätte nicht von uns abgelassen. Also ich glaube auch, dass ein Großteil meiner Verletzungen von diesem Wesen stammten und nicht von einem Wolf. Also nicht von euch dann. Aber ich habe auch keinerlei Erinnerungen mehr. Ich kann mich auch an keinen Wolf erinnern. Ich kann mich nur noch an dieses Wesen erinnern und an die Stimmen und an den Kristall. Aber ich kann einen anderen Wolf. Ich wäre trotzdem dafür, dass wir ihn, wenn er weiter mit uns ziehen möchte, dass wir ihn fesseln. Ich habe euch doch nichts getan. Ihr seid doch alle am Leben. Wenn ich eine so große Gefahr wäre für euch. Du hast gerade eben selber gesagt, dass du dich in diesen Situationen nicht kontrollieren kannst und nicht Freund von Veit unterscheiden kannst. Und deswegen wäre ich dafür, Zwerg. Wie sieht es aus? Ich muss da insistieren, dass wir ihn wenigstens fesseln. Ich habe ein Seil dabei. Lass mich wieder ausreden, Echsenmensch. Ich verstehe eure Angst. Und diese Angst ist begründet. Jedoch hat es dafür, dass ich nicht gefesselt war, dafür gesorgt, dass ich euch und uns quasi gerettet habe. Und ihr seid am Leben. Ich bin am Leben. Wäre ich eine große Gefahr, wärt ihr nicht mehr am Leben. Und im Endeffekt habe ich uns gerettet. Auch wenn es eine gefährliche Situation war. Also wenn ihr mich jetzt fesselt. Ich will euch nur sagen, aber vielleicht ist das wieder so eine Panikreaktion, die ich habe. Und vielleicht verwandle ich mich dann wieder. Und ich denke... Ich glaube auch nicht, dass ein Seil euch davon abhält, wenn diese Verwandlung einmal stattfindet. Ich glaube eher, wenn, dann wäre es für uns zu entscheiden, ob wir die Reise zu dritt weiter antreten oder weiterhin zu viert. Meine Meinung ist ganz klar, dass wir weiterhin zu viert reisen werden, weil ich aktuell auch nicht glaube, dass die Gefahr für uns so groß ist. Ich glaube, es lauern auf uns andere Gefahren als dieser Wehrwolf hier. Was ich euch auch noch sagen kann, ist, dass ich, seitdem ich mich immer wieder verwandle, und das ist halt wirklich nur in den äußersten Gefahrensituationen, ich versuche immer mehr, die Situation unter Kontrolle zu haben. Und diese Person, die uns helfen wird, diesen Stein zu entschlüsseln und eventuell diese Schriftrolle zu entschlüsseln, eventuell wird auf diesem Weg auch irgendeine Person dabei sein, die meine Bestierengestalt mir hilft, mehr zu kontrollieren. Und was am Ende sehr von unserem Vorteil sein könnte. Also vertraut mir soweit. Aber seid euch bewusst, dass die Situation auftreten könnte, dass wir euch töten müssen? Das verstehe ich. Aber ich habe jetzt wirklich die letzten 20 Jahre alleine gelebt und ich will langsam versuchen, dagegen anzukämpfen. Und wenn es meine letzte Mission ist, ich will sie mit euch bestreiten und meinen Menschenhass endlich komplett beiseite legen. Kurzmann, du hast dich auch noch nicht dazu geäußert. So langsam nervt mich dieser Humbug, den ihr hier gerade per Worten an euch selber richtet. Ich weiß nicht, was für eine Menschenkenntnis der Zauberer hat, aber er hat uns eine Bestie unter uns geholt. Die Bestie läuft ab jetzt 10 Meter vor und wir laufen hinterher. Wenn er eine falsche Zuckung macht, dann lasse ich meine Axt sprechen. Ich glaube nicht, dass deine Axt mich richten kann. Das werden wir dann sehen. Dann aber mein Deutsch. Wie schon gesagt, Zwerg, ich habe meine Meinung dazu geäußert, dass ich ganz klar sage, ich möchte, dass wir zu Fürth weiterreisen. Ihr könnt euch gerne dagegen aussprechen. Wir müssen natürlich uns einig werden. Aber es sollte auch klar sein, deswegen habe ich das extra nochmal gesagt, dass wir uns natürlich, wenn nötig, wehren werden. Die Gefährlichkeit dieser Reise hat sich ja jetzt nun mal exorbitant erhöht, wenn wir quasi so ein Untier hier unter uns rumlaufen haben. Was für Gefährlichkeit. Wir werden von irgendwelchen Schattenwesen angegriffen. Ich habe euch gerettet. Was für noch mehr Gefährlichkeit. Ich bin dafür, an dieser Stelle nochmal mit Isat nachzuverhandeln. Für die paar Goldstücke, es hieß, dass wir auch nach unten gehen gucken, was hier los ist. Und nicht, dass ich mich hier in tödliche Lebensgefahr gegen irgendwelche Magiewesen wende, mit denen ich überhaupt gar nichts zu tun habe. Ich habe es genau gesehen, der Geldbeutel ist dick und prall gefüllt. Isat. Dann gibt der Marde ruhig zwei Goldstücke mehr. Wenn Gold alleine schon ausreicht, eure Bedenken zu zerstreuen, dann können wir da sicherlich drüber nachdenken. Aber ich möchte schon, auch wenn wir uns noch nicht allzu lange kennen, dass wir uns vertrauen. Und wenn nur Gold alleine das Vertrauen aufrecht erhalten kann, wird das auf Dauer nicht funktionieren. Ich werde die Echse jetzt mitnehmen und werde mit der Echse unter vier Augen sprechen. Okay, in der Zeit, wo ihr weggeht, sage ich Isat, wenn die beiden uns oder mir misstrauen, dann können wir beide ja gemeinsam vorlaufen, die ersten Tage. Vielleicht wird das Misstrauen sicher wieder beiseite gelegen. Okay, ein letzter Punkt. So, wir befinden uns jetzt nicht mehr bei den beiden. Echse, du hast mich bei unserem ersten Treffen darauf angesprochen, ob ich klauen kann und ob ich zu irgendeiner Diebesgilde gehöre. Das sagt mir, dass du Ahnung vom Werk hast, richtig? Das stimmt, genau wie ihr Zwerg. Aber ich mache es auch mal auf meine Art und Weisen. In der nächsten Nacht werdet ihr das Amulett des Menschen klauen und ich das Amulett des Zauberers. Und dann werden wir schon sehen, was dabei herauskommt. Aber so traue ich den beiden nicht mehr. Warum willst du den Kristall von dem Zauberer stehen? Weil der Zauberer mir ihn nicht freiwillig geben wollte. Da ist irgendwas. Der ist genauso, ganz genau. Schauen wir uns die Sache gemeinsam dann an. Okay, ich bin gut für den Vorschlag, dafür wäre ich auf jeden Fall zu haben. Ich habe am Anfang schon erzählt, dass ich interessiert bin an diesem Kristall und die magischen Fähigkeiten, die da inne wohnen. Nicht eher an dem Kristall, an dem Amulett von dem langen Mann. Gut, dann werden wir das den beiden jetzt einfach mal so schildern, dass das Vertrauen wieder erweckt ist und alles wieder in Ordnung ist. Du übernimmst die erste Wache, ich übernehme heute Nacht die zweite Wache. Und wenn sie dann eingeschlafen sind, dann bemächtige ich mich bei beiden. Oder Nacht du ist besser, du bist der Langfingerige. Ich bin noch der Unaffällige, ich halte mich etwas weiter im Hintergrund. Ich übernehme die erste Wache und ich muss sowieso wenig schlafen und sorge zur Not, wenn die aufwachen, für eine kleine Ablenkung. Alles klar, dann machen wir das so. Und du klaust die beiden Sachen. Und wenn du dann zurück in deine Kammer gehst, lässt du das andere Amulett direkt bei mir hier liegen am Bett. Das ist die Vereinbarung. Gut, alles klar. Einverstanden. Wir gehen wieder zurück zu den beiden. So, ihr beiden. Ich habe mich mit dem Ex-Menschen ausgesprochen. Wie schon gesagt, wir möchten, dass Renvis die nächste Zeit 10 Meter vorläuft. Der Zauberer kann gerne mit uns laufen. Aber ich bin im Moment etwas beunruhigt über diese Reise. Denn für die 4 Gold, die ich hier bekommen habe, wollte ich mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Wir möchten jeder weitere 6. Und das ist nicht verhandelbar. 4. Ich gucke den Zwerg an. Ich glaube, er hat uns nicht verstanden. 6 Gold ist unser Preis. Nicht ein Gold mehr und nicht ein Gold weniger. Und dann wird auch nicht nachverhandelt. Zauberer, gib den beiden langen Fingern ruhig meinen Anteil. Wenn sie es so nötig haben. Ich verzichte drauf. Das ist nur gerecht, nicht wahr? Nun gut. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, euer Vertrauen wieder herzustellen, dann sei es so. Nenn es, wie du es willst. Die beiden Schwächlinge werden die Reise eh nicht überleben. Das heißt, am Ende kriege ich eh deren Anteil. Ja, das werden wir noch sehen. Ich sehe schon, meine Axt wird bald sprechen. Vielleicht spricht was ganz anderes, Freundchen. Ich stecke auf jeden Fall dann auch entsprechend das Gold ein. Und gut. Der Mensch wird vor uns her. Laufen auf 10 Meter Abstand. Riesan ist bei mir. Ich würde sagen, der Zwerg und ich, wir haben die kurzen Beine. Wir fahren auf jeden Fall auf den Eselskarren. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zu Lasse zurück, stocken die Vorräte nochmal auf und dann fahren wir Richtung Elfenreich. Ja. Ja, also es wird ja auch langsam schon dunkel, weil ihr seid ja erst mittags aufgewacht von dem Ganzen und macht euch dann zurück ins Dorf. Beo scheint den ganzen Tag noch nicht aufgetaucht zu sein. Oder den ganzen Abend. Das war ja nur ein halber Tag. Wie wir sehen, ist der Bettler nicht hier. Aber ich sehe jetzt auch keinen großen Grund darin, noch weiter hier zu bleiben. Der Steinkreis ist aufgegräst. Ich bin immer noch dabei, sollten wir nochmal hier zurückreisen, werden wir uns den nochmal vornehmen. Aber ich bin dafür nicht weiter zu verzagen und loszustarten mit unserem Esel. Dass dieser Typ zwielichtig ist, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber ich glaube nicht, dass er so wichtig ist, dass wir jetzt unsere Reise wegen ihm auf Eis legen sollten. Nein. Na gut, dann lasst uns erst noch was essen und dann können wir losziehen. Okay. Ja, ihr nehmt dann ein Abendessen zu euch, was Lassos Frau auch schon zubereitet hat. Ihr seid ja da nach wie vor sehr willkommen. Und ja, könnt dann auch jederzeit euch zu Bett begeben. Und vielleicht euch allen nochmal so diese Schriftrolle, die schwirrt euch allen so im Kopf rum. Was kann das bedeuten? Ihr habt das Gefühl, ihr seid irgendwie doch schon, ihr habt das Gefühl, ihr könnt das schaffen. Ihr könnt rausfinden, was da drin stehen soll. Okay. Dann werden wir uns, ich würde schon vorschlagen, wir gucken uns diese Schriftrolle nochmal an. Sie geht mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf mehr hinaus. Soll ich euch den Inhalt der Schriftrolle noch einmal vorlesen? Um das Herz den Meister zu erwecken, zum Schutze mussten wir es verstecken. Also es geht um irgendeinen Gegenstand, der versteckt werden muss, damit etwas Schlimmes nicht passiert. Begebt euch zum Ort wohl an, wo Schatten weicht des eigenen Bann. Also der erste Abschnitt, denke ich, ist eigentlich klar, es kann eigentlich nur um diesen Kristall gehen. Der Kristall ist das Herz und der musste versteckt werden. Und wir tragen ihn nun bei uns. Und deswegen hat die Stimme auch die ganze Zeit gesagt, Dieb, Dieb, weil er möchte diesen Kristall zurückhaben. Ich glaube, er will diesen Meister erwecken. Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass dieser Kristall nicht dorthin gelangt. Aber welcher Ort könnte gemeint sein? Begebt euch zum Ort wohl an, wo Schatten weicht des eigenen Bann. Es muss bei Tageslicht sein. So sehe ich das. Der Schatten weicht bei Tageslicht vielleicht. Vielleicht meint er es damit. Wird dort das Schwarz zum Roten schwingen? Ist das vielleicht, wenn die Sonne aufgeht? Also quasi bei Sonnenaufgang, wenn die Nacht weicht? Dann kann es euch gelingen. Wo ist der rechte Ort für dieses? Wo könnte man diesen Kristall hinbringen? Was wisst ihr über diesen Kristall? Woher ist dieser Kristall? Außer dem Steinkreis wissen wir nichts. Genau. Wir wissen gar nichts. Wo haben wir den nochmal gefunden, den Kristall? In dem Steinkreis. Lag er einfach so drin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Goblin den bei sich hatte. Dann was ist denn mit dieser Morgenlichttheorie? Sollen wir vielleicht dorthin gehen und in der Morgensonne den dort wieder hineinlegen? Oder vergraben. Oder vergraben. Also vielleicht sollten wir tatsächlich kurz bevor die Nacht endet nochmal zum Steinkreis zurückgehen. Vielleicht sehen wir dann irgendwas. Vielleicht fällt uns dann... Wir waren ja jetzt mittags da. Das war vielleicht schon zu spät. Vielleicht... Ich denke, es käme nochmal auf den Versuch an. Wir haben nichts zu verlieren. Okay. Dann brechen wir morgen früh auf. Ganz früh. Und fahren als erstes beim Steinkreis vorbei. Damit wir beim Sonnenaufgang beim Steinkreis sind. Und dann fahren wir weiter Richtung Elrond. Ins Elfental. Nach Silberhain. Silberhain. Was auch immer du sagst. Einverstanden? Gut. Einverstanden. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Und während die anderen zu Bette gehen und dort schlafen, liegt der kleine Echsenmann in seinem Bett und hat unter seinem zweiten Lied seine Augen geöffnet und ist hellwach und lauscht in die Dunkelheit hinein, hört den grummelnden Zwerg und wartet, bis Isand und der Langbeinige eingeschlafen sind. Zwerg. Echse. Echse. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die beiden schlafen. Ich mache mich aus dem Bett und schleiche rüber. Das sieht gut aus mit dem Schleichen. Mit 20? Daraufhin strecke ich die Langfinger aus und fasse dem Zauberer in die Tasche. 20? Als du den Kristall berührst, kriegst du einen Stromschock und 17 Schadenspunkte und deine Hand schnell zurück. Und du schreist ganz kurz auf. Auf die los! Was ist los? Du darfst auf Wahrnehmung würfeln, ob du das hörst. Fenris, du darfst auch auf Wahrnehmung würfeln. Okay. Warte einen Moment, ich muss gerade gucken, was habe ich denn überhaupt auf Wahrnehmung? Ich habe keine Ahnung, ich würfel. Ah, hier. 56, nein. Ja. 94. Ich kriege es mit. 49. 49, ich kriege es mit. Ich habe mein Charakterbogen. Du hast 46 auf Wahrnehmung, Chris. Dann möchte ich jetzt mein Ablenkungsmanöver starten. Isand ist aufgewacht? Ja. Okay. Ja, du wachst auf und was auch immer. Was ist los? Ich springe aus dem Bett rauf und stampfe die ganze Zeit auf den Boden. Kakerlaken, Kakerlaken, Kakerlaken. Und gebe den Zwerg direkt. Warum haltet ihr euch die Hand so? Haben die einfach das durch die Hand gebissen? War das eine Ratte oder was war das? Fenris wird auch wach davon jetzt. Was ist hier für einen scheiß Zirkus los? Ungeziefer hier in der ganzen Bude. Schlaf weiter. Was ist hier los? Überall diese Mistviecher. Sag mir die Wahrheit. Ich sehe keine einzige Kakerlake hier. Und auch keine Ratte. Ihr habt versucht, nach dem Kristall zu greifen. Seien Sie nicht so paranoid. Jetzt sind wir mal beim Sie angekommen. Sie Zauberer. Der Zwerg hat nichts gemacht, Zauberer. Was sollen diese Vorwürfe? Ich glaube, der Stromschlag ist auf seine Synapsen gegangen. Gut. Ihr könnt natürlich erzählen, was ihr wollt. Aber ich habe genau gespürt, dass hier magische Energie am Werke war. Und das war garantiert keine Kakerlake und auch keine Ratte. Aber wie gesagt, bleibt halt bei eurer Geschichte. Aber ihr habt ja gemerkt, ich habe euch gesagt, es ist keine gute Idee, dass ihr den Kristall anfasst. Und ich denke, es hat sich bestätigt, mein Eindruck. Ich hoffe, du musst auf diesen Stein aufpassen. Ich hoffe, du weißt jetzt, dass du mir vertrauen kannst und diesen beiden Räubern nicht, dass die sich verbrüdert haben. Das Einzige, was er bei dir vertrauen kann, ist, dass du einen festen Schlaf hast. Du kriegst gleich mal eine Tatze, Freundchen. Ich weiß schon genau, welche Fähigkeiten ihr besitzt. Aber ihr solltet diese Fähigkeiten lieber anders einsetzen oder in anderen Situationen einsetzen, als dass wir versuchen, uns gegenseitig zu beklauen. Ich versuche mich mal zu sehen. Diese gelehrten Sprüche die ganze Zeit. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Zwerg. Ja, und nach dem ganzen Theater schlaft ihr dann auch irgendwann wieder ein. Kakerlaken, Kakerlaken. Kakerlaken, Kakerlaken. Auf jeden Fall sind Fenris und Isan jetzt auf wachsamer, was das angeht. Also, falls ihr das nochmal versuchen wollt, kriegen sie auf jeden Fall eine Wahrnehmungsprobe wieder. So geil. Zwerg. Zwerg. Wir versuchen es einen anderen Tag wieder. Und beim nächsten Mal gehen wir, beim nächsten Mal machen wir zuerst. Der Magier klappt das nicht, aber beim langen Mal machen wir zuerst und holen uns da den Kristall. Amulett. Ich glaube, das Amulett geht besser von seinem Hals ab, wenn ich ihm den Kopf abgetrennt habe. Ja, aber warte mal ab. Die Sache ist auch noch nicht gegessen mit seiner Lykan-Trophie und seiner Verwandlungsgeschichte. Warte mal mal ab. Seine Tage sind auch gezählt. Gut. Dann schlafen wir jetzt. Genau. Ja, äh, nächsten Morgen, also es ist noch kein Morgen, ihr seid natürlich noch nachts. Ähm, wacht Syslog dann wieder auf und weckt die Gruppe, weil ihr los müsst. Hey, Leute, aufstehen. Ich hab den Esel schon vor den Karren gespannt. Wir müssen los. Wir können aber probieren, unterwegs verzehren. Wir fahren zum Steinkreis. Ja, okay. Lass uns aufbrechen. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir mal einen scheiß Händler aufsuchen. Ich brauch mal neue Kleidung. Ich seh aus wie ein Penner. Es war eine Kleidung auch nicht besser. Ihr macht euch auf den Weg und kommt noch in der Nacht beim Steinkreis an. Und als ihr dort ein paar, ja, Minuten, fast schon eine Stunde wartet und der, die Sonne langsam aufgeht, seht ihr, wie sich, ähm, ein Lichtstrahl durch den einen Stein hindurch stößt. Also es ist wie so ein kleines Loch oben in dem einen Stein drin und scheint genau auf die andere Seite, ähm, in die obere Mitte von einem anderen Stein scheint dieser Lichtstrahl hin. Seht ihr das? Jopp, ich seh's. Das kriegt sogar der Monsterjäger wahrscheinlich. Da oben muss der Kristall hingelegt werden, Zauberer. Vielleicht, wir sollten es auf jeden Fall ausprobieren. Seid ihr euch sicher? Ich befürchte immer noch, äh, dass wir damit etwas auslösen, was uns nicht gut bekommen wird. Aber die Schriftrolle, die Schriftrolle, die Schriftrolle besagt, dass sich alles quasi jetzt mit Gutem wendet, wenn der Kristall dort ist, wo er zu liegen hat. Okay, ich, äh, ich näher mich dem, dem Steinkreis, werde aber vorher noch mal, ähm, im Zauberspruch wirken, um zu gucken, ob da, wo die magische Energie da wirkt, wo sie am stärksten ist. Ähm, ja, dann würfel doch mal. Ja, 34. Ja, du, ähm, ja, du machst deinen Zauber, um zu gucken, ob Magie wirkt. Und du siehst aktuell keine Magie wirken, nirgendwo. Okay, also ich, ähm, ich kann euch sagen, es ist zurzeit keine, keine Magie hier am Werk. Ich kann, kann keinerlei magische, ähm, Energien feststellen. Deswegen habe ich auch gerade nicht die Befürchtung, dass dieses Wesen wieder auftauchen wird. Ich, ich näher mich jetzt mal diesem Steinkreis und, ähm, werde, werde den Kristall mal dort platzieren, wo der Sonnenstrahl hinscheint. Ja, als du näher an den Steinkreis herankommst, hebst du langsam deinen Arm und hältst den Kristall an diese Stelle von dem Steinkreis. Aber nichts, gar nichts. Zauberer, setz doch mal deine Magie ein, was kannst du überhaupt? Zwerg, äh, was, äh, was? Ich habe euch doch gerade schon gesagt, hier ist gerade keine Magie am Werk. Was, was, was soll ich, was meint ihr denn, was ich tun soll? Für was habt ihr denn den Stab? Irgendwas muss hier doch funktionieren. Hm. Hm. Könnten wir tun. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin immer, ich würde sagen, er legt den Stein einfach mal, ähm, dorthin, wo das Licht hinscheint. Es ist, äh, wie so eine Felswand von dem Steinkreis. Der Steinkreis geht so hoch und das scheint auf diese Stelle, aber da kannst du es nicht hinlegen. Es ist auch keine Vertiefung oder so, wo du den reinstecken könntest. Dann versuche ich dir mal genau da hin zu halten, genau an so, an diese Wand. Ja, das hast du gerade gemacht. Also du hältst den an dieser Stelle, aber es passiert nichts. Okay. Ich renne, ich renne einfach mit der, mit der Axt drüber und schlag drauf. Auf, genau auf diese Stelle. Okay, dann würfel mal bitte auf Kraftakt und es ist so ein unbeweglicher Stein, also kriegst du eine Erleichterung von 30. Hm. Ja. Ja, also Haramir hämmert auf diesem, äh, Stein herum und irgendwann, ja, bricht auch der Stein ein bisschen weg und ihr seht, dass dieser Stein, äh, ja, dieser Stein vom Steinkreis hohl ist und genau an der Stelle mittendrin ein weiterer Kristall liegt. Dieser ist komplett rot, also ist ein richtig großer Kristall, viel größer als der, den Isand hat und leuchtet in einem dunklen Rot. Ah, was haben wir mit dir? Da ist doch was, guckt euch das an! Noch ein Kristall. Der gehört diesmal mir. Was stand nochmal auf der Schriftrolle? Moment. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Wird dort das Schwarz, äh, wird dort das Schwarz zum Roten schwingen, zu finden kann es euch gelingen. Wir haben es gefunden, glaube ich. Dann bringt es zum rechten Ort. Des weisen Exil endet dort. Ich schlag, ich schlag den, ich schlag auf jeden Fall weiter auf den Stein drauf, damit der Kristall freigesetzt wird. Ja, hast ihn freigelegt. Okay, ich versuche den Lichtstrahl auf, durch, durch den, durch meinen Kristall auf diesen großen roten Kristall zu lenken. Mhm. Ja, du stellst dich in diese, in diese Lichtbahn, ähm, und hältst deinen Kristall, aber auch dort scheint nichts zu passieren. Also er leuchtet immer noch genauso wie vorher. Zauberer, versuch doch mal den Kristall zu greifen. Ich hab, ich will mir nicht schon wieder die Finger verbrennen. Okay, ihr habt recht, ihr habt recht, Thomas. Ich, äh, also ich versuche, geh mal näher ran und versuche den Kristall zu greifen. Okay, du greifst nach dem Kristall und, ähm, du musst jetzt kurz aussteigen, Isand. Isand rennt los. Was macht ihr? Er hat den Kristall genommen und ist losgerannt. Ich renne hinterher. Ich zieh mein Blasrohr und schlaf Pfeil. Okay. Quick Action. Quick Action. Ich hab ne Elf fürs Rennen. Ich hab, ja, ne Elf fürs Rennen, ich ne Elf fürs Shooten. Äh, du hast ne 50 gewürfelt, Stefan. Reicht das trotzdem? Ja. Okay. Ähm, ja. Du, ja, Isand kriegt ein Pfeil ab in den Rücken, läuft noch ein bisschen Richtung Wald und kippt irgendwann nach vorne in den Schlamm. Und er bekommt dann, das darfst du dir jetzt wieder aufschreiben, Daniel, fünf Schadenspunkte. Und Fenris holt dich dann dementsprechend ein. Und dann renne ich auch hinterher. Komm mit, Zwerg. Ich bin auch, ich bin auch schon, äh, hinter der Exe her. Exe, was hast du dir in diesem Fall getan? Wie lange wird der Magier jetzt schlafen? Das kommt immer darauf an. Aber ich denke mal, eine halbe Stunde mit Sicherheit. Ja, der ist ja gut genährt. Ich glaube, der wird noch 15 Minuten schlafen. Ja, der kennt das ja auch schon, ne? Ich bin das zweite Mal, dass ich schon so ein Ding getroffen habe. Ich werde ihn mal ein bisschen aufweigen, um das zu beschleunigen, dass er da wach wird. Ja, nach 20 Minuten schafft er es, Isand wieder aufzuwecken. Wach zu klatschen. Vorher habe ich ihn aber noch gefesselt. Okay. Und ich habe zum Kristall gegriffen. Schauen wir mal. Zu welchem? Zu dem, den wir gerade freigesetzt haben. Das kannst du tun. Den kannst du ihm wegnehmen. Ja, habe ich auch. Wir haben ihm die Füße zusammengebunden und wir haben ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Okay. Was ist los hier? Was habt ihr getan? Für dich als Info. Für dich als Info. Du hattest eine Eingebung von einem ganz bestimmten Ort. Und der Weg war dir so klar, dass du an nichts anderes mehr denken konntest, als zu diesem Ort zu rennen. So schnell es geht. Mit dem Kristall. Was sollte das für eine Nummer werden? Warum habt ihr mich gefesselt? Ich habe es ganz klar gesehen. Ich habe den Ort gesehen. Ich habe den Ort aus der Schriftrolle gesehen. Ich wusste ganz genau, wo wir hin müssen. Und was habt ihr getan? Ihr wollt euch aus dem Staub machen. Dann rennt er mir los. Dann verhalte dich nicht wie ein drittklassiger Dieb und renn los. Sag uns, was du machen willst, du Idiot. Ich konnte das nicht beeinflussen. Ich wusste, ich musste losrennen. Der Weg lag vor mir. Ich hatte keine andere Wahl. Sollten wir ihm glauben? Ja. Was war das für ein Ort? Kannst du uns da hinbringen? Du hast nur einen großen Baum gesehen und ganz viel Licht. Ich kann mich nur an ganz viel Licht erinnern. Und an einen riesengroßen Baum. Einen Baum so groß, wie ich ihn bisher noch nie gesehen habe. Aber ich habe ihn noch klar vor Augen. Wenn wir ihn sehen, dann wüsste ich sofort, dass wir am richtigen Ort sind. Da wir ihm die Fesseln um, also um die Hände gebunden haben, gebe ich ihm den Kristall wieder in die Hand, damit er eventuell die Eingebung wieder bekommt. Okay. Ja, als du den Kristall bekommst, verspürst du wieder den Drang, loszulaufen. Aber du kannst es halt nicht. Du bist gefesselt. Und du siehst den Weg jetzt ganz klar vor dir, wo ihr hin müsst. Und du könntest es den anderen beschreiben. Ich muss los. Macht mich los. Ich sehe ihn wieder. Da ist er wieder, der Weg. Da ist der Baum. Ich muss los. Sag uns, wie der Weg ist. Ich wäre dafür, wir lösen seine Fesseln an den Füßen und lassen ihn vorgehen. Wir machen aber ein Seil noch an ihm fest, woran wir ihn festhalten, damit er nicht wieder wegrennen kann. Wir müssen weiter Richtung Süd. Damit er nicht wieder wegrennen kann mit den beiden Sachen. Ich renne nicht weg. Ihr müsst nur schnell genug sein und hinter mir herlaufen. Nee, nee. Wir machen den Füllen nicht alleine. Die Leine. Das passt schon. Wie so der Esel mit der Möhre oder was? Jetzt ungefähr. Oh ja, ist der Isan mit dem Kristall. Ja. Ja. Okay, wir nehmen dich auf einmal die Leine hin. Ihr braucht mich doch nicht zu fesseln. Was ist das für eine Idee? Nur die Sicherheit. Nur die Sicherheit. Schnauze Zauberer. Ihr macht seine Fesseln los an den Beinen und mit immer wieder einigen Richtungsänderungen gelangt ihr es dann auch, im Wald umherzulaufen. Das ist so ein bisschen, als wenn Fenris euch letztes Mal geführt hat, so ein ähnlicher Weg. Also dann geht es mal hier lang und wieder nach da und wieder zurück und irgendwann kommt ihr an einen wirklich recht großen Baum. Sieht jetzt nicht besonders aus für euch, aber für Isan ist es wirklich genau dieser Baum und überall ist Licht. Und ihr seht auch wieder an ungefähr derselben Höhe wie bei diesem Steinkreis ist ein Astloch. Wir sind da. Das ist er. Das ist der Baum. Wir sind am richtigen Ort. Der Magier hat uns tatsächlich nicht beschissen. Ich schneide ihm hinten die Fesseln durch und dann kann er sich wieder frei bewegen. Seht dort oben, seht ihr dieses Astloch? Das sieht irgendwie verlächtlich aus. Steck doch mal den Kristall da rein, Magier. Aber keine blöden Tricks. Ich komme da gar nicht ran, Echsenmensch. Klettert mal hoch und schaut mal rein, ob ihr was sehen könnt. Ja, los, Echse. Ich kletter den Baum dann einmal hoch und dann schaue ich mich mal wieder um. Ja, also ihr seid immer noch in dem Wald, in dem ihr euch die letzten Tage schon befindet. Und ja, du guckst in das Astloch rein, siehst aber nichts Besonderes. Das ist halt ein Astloch, wie du viele in deinem Leben schon gesehen hast. Ja, dann nehme ich den Kristall einmal mit hoch und lege den mal da rein, würde ich sagen. Komme ich nochmal runtergeklettert. Zauberer, gib mir mal den roten Kristall. Ich werde den da oben mal reinlegen. Okay, hier habt ihr ihn. Okay, dann gehe ich den mal oben in das Astloch reinlegen. In dem Augenblick, in dem ihr den Kristall in das Astloch legt, beginnt dieser in einem hellen, weißen Licht zu leuchten. Dieses breitet sich schnell über den ganzen Baum aus, bis dieser komplett leuchtet. Und dann beginnt er zu schrumpfen. Die Äste ziehen nicht zurück und bald schon ist der Baum komplett verschwunden. Und dann bricht es ab, das Licht ist weg. Und dort, wo gerade noch das Licht war, steht nun ein kleiner alter Mann. Nein, Moment, das ist kein Mann. Ein Zwerg. Er wirkt benommen. Guckt euch an und spricht. Ich, ich, ich wurde geweckt. Das wird sie wütend machen. Und mit diesen Worten bricht er zusammen vor euch. Und an der Stelle beenden wir die heutige Folge und gucken mal, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Tja, nice Leute. Besten Dank fürs Einschalten, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, dann geht es nächste Woche wieder weiter. Nicht wahr, Leute? Ja, auf jeden Fall. Ja, folgt uns hier überall und bleibt auf dem Laufenden bei Facebook und bei Instagram vor allen Dingen. Da geben wir immer die nächsten Sendetermine bekannt. Und ja, hat wieder Bock gemacht. Macht Werbung für uns. Wir freuen uns. In dem Sinne, Leute. Schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.